So ein Auto ist ja heutzutage eher ein rollender Computer. Die Fahrzeugsysteme werden immer komplexer und es wird immer schwieriger, eine gezielte und vor allen Dingen effiziente Reparatur durchzuführen. Einfach, intelligent und praxisnah, so unterstützt Heller-Gutmann Solutions die Kfz-Werkstätten. Mit einer großen Bandbreite an Kfz-Diagnosegeräten, die wirklich jedem Werkstattbedarf gerecht werden. Von schnellen, mobilen Diagnosen bis hin zu einem völlig neuen Echtzeit-Reparaturkonzept wie bei Megamax 66. Das Touchpad-Interface ist kinderleicht und intuitiv zu bedienen. Alle nötigen Diagnosen, Messungen, Arbeitswerte, Arbeitsschritte und der Datenabgleich passieren in Echtzeit. Das heißt ohne Raten, ohne Suchen und natürlich ohne unnötige Wartezeit. Mit dem Servicepaket Repair Plus ist der Megamax 66 in der Lage, Fehlercodes mit unserer Datenbank abzugleichen. In dieser Datenbank stecken die Erfahrungen aus über 40 Jahren Firmengeschichte. Er ist damit der erste Tester überhaupt, der in der Lage ist, auf seinem großen Display Fehlercode-basierte Lösungen mit Reparaturwegen und Hintergrundinformationen darzustellen. 2, 1, die erste. Die Darstellungen von bis zu 16 Parametern gleichzeitig sowie farbige und interaktive Stromlaufpläne sorgen dafür, dass sie alles fest im Blick haben. Modulare Hardwarekomponenten stellen bei Megamax 66 sicher, dass auch zukünftige Funktionen problemlos auf dem Basisgerät funktionieren. Durch ein einfaches Plug and Play werden diese Module mit dem Gerät verbunden. Sinnvolle Ergänzungen wie das 2- oder 4-Kanal-Oszilloskop werden so kinderleicht in das Gerät integriert. Ein weiteres Highlight ist das akkugestützte Diagnosemodul des Megamax 66. Mit dem Modul werden die Daten des Fahrzeugs via Bluetooth direkt zum Diagnosegerät übertragen. Der große Vorteil, das Gerät kann in der Werkstatt an einem einzigen Ort verbleiben, während an verschiedenen Orten Diagnosedaten vom Fahrzeug ermittelt werden können. Und das nicht nur für den aktuellen Reparaturvorgang, sondern auch unter Einbeziehung der gesamten Fahrzeughistorie. Und so bekommen auch Sie jede noch so knifflige Diagnose bequem und sicher in den Griff. ! ! ! ! ! ! ! !